. 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 Also ich find das ist wie allweil. Bei dir schon. Deswegen hast du's da so schön. Sag mal, wie machst du jetzt das? Du hast einen Job, der dir Spaß macht, regelmäßiges Einkommen, keine Frau, die da dabei im Knack hängt. Kannst du tun lassen, was du magst. Aha. So hab ich das noch gar nicht gesehen. Dann werd ich das schon so schön haben. Du Horstl, Mitlaufkreis ist es, hm? Okay. Da hast du dir schon mal zugehört. Im Ernst? Das mit der Gabi und mir, das ist alles so eingefahren. Nicht mehr so die Unbeschwertheit und der Spaß, so wie früher. Schwierig. Da gehört doch mal ein frischer Wind ein. Du bist der Kreative, lass dir mal was einfallen. Was meinst du, was ich mir schon alles einfallen lassen hab? Mauritius, Costa Blanca, Australien. Und danach war's immer wieder dasselbe. Das hält nicht lang an. Nee, geht auch nicht mehr. Und du meinst mit ein bisserl Mauritius und Costa Blanca ist wieder alles in Butter? Was soll die kleinen Sachen sein? Mal spazieren gehen, ins Kino. Oder eine Kendoleitina bei mir hat. Kendoleitina. Kino. 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 Du, Hund, du. Kino. 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 Untertitelung des ZDF, 2020